Das ist doch jetzt alles sehr interessant. Na, du bist ein Gründer, Markus. Was? Und dann sind die Größen. Was ist das? Das ist eine Ecke. Du hast ja essen. Ja, rund. Ah ja. Das ist deine Kacka. Das ist deine Kacka. Deine Kacka. Ja, da müssen wir. Nee. Voll nicht. Jetzt hat sie ja was gewinnt. Jetzt hat sie ja gerade mal was gewinnt. Das tut doch mal. Na, das ist mir klar, dass du. Kira aus. Da wird's nicht jetzt da. Du bist mal, was? Du bist nicht, das Lüder. Na ja. Ich muss hingehen. Ist doch geil. Nee. Krass. Krass. Vielen Dank.